In meiner Videoreihe darf natürlich auch nicht eine Trainerin fehlen, deswegen habe ich dann gleich mal an die Sabrina von Wacker Innsbruck gedacht. Sie ist eine klasse Trainerin und aus Österreich und ich finde interessant, was bei Wacker Innsbruck so an Voraussetzungen ansteht, um dort spielen zu dürfen. Viel Spaß dabei! Hallo, mein Name ist Sabrina, ich bin Nachwuchstrainerin beim FC Wacker Innsbruck in Tirol und meine Antwort auf die Frage, auf was ich beim Scouting eines Nachwuchsspielers Wert lege, ist auf jeden Fall seine Teamfähigkeit, wie verhält er sich am Platz mit dem Team, weiter seine Reaktionsfähigkeit, mit und ohne Ball natürlich und auch, wie der Spieler den Überblick über das Spiel hat, wie er sich verhält und genau, das sind so meine wichtigsten Punkte, auf die ich Wert lege. Schöne Grüße aus Tirol vom FC Wacker Innsbruck.